Herzlich Willkommen zum nächsten Spiel unserer German Legends, wir sind safe in Liga 2, haben hier vier Gegner gegen die Gegner, wie man das so macht im Fußball, man spielt gegen Gegner, mit Hendrik Felix, Domenico Mia, Flacke, und ab geht's, und ab geht die wilde Post, schön, Ronaldo, BOOM! Ah, das Netz hat wieder Physics, geil, ja geil, keine Betonnetze mehr, ja Felix und ich haben uns, ne Felix Tore hätten gereicht, ne hätten sie nicht, aber Felix hat gut gespielt, aber immer ein bisschen Fail hier gerade, ne wirklich, du hast doch, ach jetzt hör auf, du hast fünf Tore in zwei Spielen, da wollte ich auch nichts gegen sagen hier, du kleiner, Pisser, Pisser, ja, hast du ran? Kreuzen, Boehmeier, Boehmeier, die sechs, ja, wenn wir beide Spiele, die wir jetzt hier in der Liga 2 offen haben, noch gewinnen, können wir in Liga 1 aufsteigen, ansonsten ist eigentlich auch nicht schlimm, weil so Liga 2 ein bisschen ist ganz entspannt, ja, gewinnen wir viel, ist okay, nicht ganz so viel Momentum, ich glaube, Domenico war jetzt in den letzten Spielen schon eher so ein bisschen eher salty, das kann auch so sein, das kann auch so sein, oh, schön, das haben wir heute für Kiefer, das ist ja Wahnsinn da, weiter, jawohl, überlaufe, Boah, ran, tötet wieder Leute, und er liebt, hat sich selber getötet, da mit, äh, Selbstmordattentat, Allahu Akbar, Wir simulieren nur Denkmemes, die, äh, sehr satirisch ausgerichtet sind und nicht ernst gemeint, Was, was nach folgendem Video erhält, Lümba, 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 Wir simulieren, Dieter und Helmut, War das jetzt arabisch oder was? Ne, ich wollte eigentlich auf euer, auf euer Gruppenprojekt in der Schule aufmerksam machen, auf das Video. Detlef und Dieter, Mensch, die kennt man ja auch. Ja, die Heroin-Ansüchtigen da. Nein, ich wollte spielen. Die Drogensüchtigen? Oh, der Hendrik, die Geissens. Hahaha, Robert! Das sind aber nicht die Geissens. Ne, klar. Das war doch kein Elfer. Aber ich hab gerade an den Wollnys gedacht. Adirouro. Chantal! Janine, Tiffany, Estefania, Max Rom, Madirouro! Boah. Efreims Tochter, Reulgardina, Langstrumpf. Ne, 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 nicht Handtals, du kannst du Futter essen. Ja, davon wollen wir auch noch was von haben. Mag Jerome, tu mal die Oma winken. Hahaha, komm mal zur Mama, wir wollen auch noch Körlur's. Gibt den Fischen in den Aquarium nicht so viel Futter. Alter, wir wollen da auch noch was von. Und direkt zurückgespielt. Vorteil bei diesem Zweikampf. Hahaha, jetzt werden sie geflext. Tom Hendricks in 9 Grad, brauchst keine Jacke. Hahaha, die nutzt sich nur ab, die war teuer gewesen. Hahaha. Die war teuer getut. Ja, schön! Ey! Die tutete teuer gewesen. Tutete. Also, wenn du noch der Matthäusen wählen. Schönen, ich überlaufe. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht den Stock. Oh, ist der eiskalt hier. Schade. Nein! Nochmal, ja! Ja, ja! Oh, Dranaldo läuft an! Und? Nein! Radiuskreis, aber Schlag von 5 Meter, dann geht's ab. Hahaha. Und, und, und. Doppelt mit irgendwem? Das wird jetzt gefährlich. Dann nicht. Das war ungünstig. Oben raus. Bus. Ja, schön ruhig, schön ruhig, schön ruhig. Ja! Donne! Was denn du? Äh, Flanken, oder? Äh, hier? Ja, 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 ja. Ich hab gut Schwung. Gut gek. Gut Schwung in der Giste. Schwung in der Giste. Schwung in die Giste. Ja, ab geht die Bus. Let's fetzt vor der Pulle. Yeah, vor der Power. Wow! Hahaha. Wow! Wow! Nice! 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 Oh! Ich bin! Ey! Und ran, legt sich! Schön! Oh, was ist der Annahme! Schade, war keine. Hier, hier, wieder! Abseits, oder? Bitte? Ah, schade. Ah, schade. Ey, warum steht denn der im Abseits, wenn ich denn nicht mehr bin? Esso! Egal, komm, wir spielen ruhig weiter. Ich finde es gut, wir... Das erste Mal heute, obwohl wir schon gut gespielt haben, dass wir so wieder Kontrolle haben und das Spiel machen und uns viel vorne aufhalten. FIFA 17 war ja nur Konterspiel. Und jetzt hier so in FIFA 18 haben wir es auch viel geschafft, selbst mal mehr Ball besitzt zu haben. Schranke? Kaum, warte! Ja, ruhig! Stark! Jetzt! Nice! Und durchsetzen! Ja! Oh! Den kann er auch gerne mal durchlassen da. Druck hinter! Ja, Tornado hat Max letztens gehabt, aber der ist auch leider nicht dabei. Oh, Hendrik! Nicht in die Mitte! Ohoho! Alles easy! Holy shit, Dudes! Und? Waaah! Goal, Goal, Goal! Jawoll! Oh! Oh! Meine Fresse! Warum schiebt der den nicht einfach ins lange Eck da so schön vorbei am Torwart? Schöner Pass, Felix! Joho! Hin, hin, hin! Oh! Weックals! Dinge! una column岑. Oh, ne! Oh, was? Oh schade! O Schreik! Hinterkopfball, deswegen ist der Franz da jetzt auch schon kalt. Stark! Komm, die machen da vorne nichts. Schön! Scheiß Elfer hatten die. Ein weiter. Dann noch ein weiter. Und ab geht's. Und ab geht's. Macht er wieder nicht. Doch! Dieses Mal zielen wir eine schöne Auslange. Sieh! Lange Eck. Respekt, Respekt. Schöner Konter hier. Direkt weiter. Kein Abseits. Nice. Nice. Die bluten jetzt aber auch. Warte. Wo hast du die Metapher ausgegraben? Jason, Bloody, Bla, Bla, Bla. Achso. Da hast du es ausgegraben. Na egal. Weiterspielen so. Führung ausbauen. Schön und fair war das. Wie einst Thorsten Fregens, Michael Ballack und Tim Borowski. Einst oder eins? Eins. Oh, was? Die blockt er. Ja. Morgen, Alter. Oh, ich dachte Felix hat Power. Ja, hat er auch noch. Oh, was? Ja, dass das ein Foul war. Grügelei. Achso. Ja, sonst wäre es ganz schön bitter, dass wir uns da den Vorteil abgepfiffen hätten. Wir waren ganz schön durch danach dann. Ja, durch sind wir immer. Ja. Keine Lade. Schöne Flanke zum Ausgleich noch vor der Halbzeit. Jawohl. Ablegen. Und schön. Vorne nochmal hoch. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da steht er auf der Linie. Ich glaube es nicht. Ja, ja, ja. Ihr den rauskickt. Ah, den anzudrehen war nicht gut, weil in dem Moment konnte der sich auch richtig positionieren mit dem Verteidiger. Vielleicht auf Hendrik rüberlegen. Ah, scheiße. Aber ich stand, ich stand auch blöd. Naja. Konntest du nichts machen. Schade, leider kein Tor, weiter geht's. Oh. Nehmen wir ihn oben. Schön. Schön. Unten? Jawohl, das hat er gehofft, dass der blockiert wird. Komm, komm, komm. Sicher. Unten? Oh, lol. Ja, easy, Jungs. Komm, weiter, lock, weiter. Durch, 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 durch. Jetzt. Ich dachte, ich würde gut stünden, Tuten. Och, Didi, jetzt hör mal auf mit deiner Grammatik hier. Ja, Gott, das ist dann natürlich auch ein Lade-Mathäus, der wohl auch da in die Scheiße greift. Und sich natürlich selbst zum Geburtstag gratulieren tut, oder? Das ist ne Frechheit, das dort besetzt läuft. Hendrik war anvisiert, wie lächerlich. Jetzt machen wir mal ein paar Querpächer. Danke. Ja, Aldi. Ja, Aldi. Oh, Aldi. Oh, Aldi. Ich komme mal kurz ran gelaufen. Ran gelaufen. Ran gelaufen. Ja, ja, ja. Mach, mach. Oh. Wow. Der Ball wurde schon wieder durchsichtig getragen. Die spielen mal kurz, obwohl wir da sind. Und also aufpassen, ja, nach oben vielleicht, ne, nach unten. Okay. Okay. Gut. Wir müssen uns rauslocken und uns dann ausspielen. Und hoffentlich geht das für die nicht in die Hose. Doch hoffentlich schon. Eckball. Warum legen die sich da in der Mitte hin? Schön. Raus, raus, raus. Ich lieg auch schon wieder. Los, komm. Oh, schön. Brustaname, Körper dazwischen. Tüsch, jetzt Flanke. Tüsch. Tüsch und. Wow. Rückgabe. Schön verdammt. Nee, das Ding war, dass ich exakt hatte. Schade. das wäre schön zugestochen gewesen genauso wie das haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, schön Junge, Christian Wörns das ist Urgestein, oh Heinrich, nicht dahin, ja auch wenn es außerhalb, oh, um, hoch, zieh vorbei da, komm mit, das ist wie ein schönes Flänkchen auf euch, jawohl, der Verteidiger ist viel zu gut mitgehalten, das war schade, hat viel zu gut mitgehalten Er hat acht Paraden schon, der Chefs Gegner Oben Wohl, pass Auch ruhiger machen sein Ja, oh nice Oh nicht nice Hast du, hast du, hast du Risiko Ja, Mann Oben kannst du Was ist das Ding? Oh Oh Arsch Oh Nee, der, der, der kam leider nicht so, dass ich den hätte mitnehmen können Oh, Dominik Ich bin weg Nee Leute, was ist denn jetzt? Oh, Mann Ach, gibt's nicht Ja, war jetzt auch nicht so ein böse Grätscher Ja, ich bin weg Was auch wieder, du spielst safe wieder kurz und dann spielen sie das aus, ja Ich weiß nicht, ob die damit so vorankommen, ich meine, gut, ja, doch, spielen schon ganz gut, aber auch Nee Schade Ja, sie kommen damit voran Dammit Ah, fuck ey Dann lass den das mal nicht mehr anbieten Auch wenn wir die Chance hätten, dann beizukommen, wir gehen einfach zurück Sonst sind direkt drei Leute ausgespielt Okay Ah, Felix läuft Bitte, oder jetzt Dominik auch Oh, Gott Sehr schön Bitte Schön Schön Schieß Erschieß Der war du Der Brust Ja, nochmal flacken Ey Alles Wölken Ja, da wissen sie nämlich schon nicht mehr wohin Alles Dominik Boah Und Wo ist das Ding? Der hält uns Der hält uns Der hält uns Ist doch behindert Angedreht wär auch geil gewesen Moment Ja, du mit deinem angedreht, ey Na klar Das einzige was es ist, ist schön aussehen Ja, und drin Oh, da ist die Szene auch schon wieder zu Ende Oh, Gott Gret schon Gott, unsere Scheißkonter nach einer Ecke, ey Hast du, hast du, hast du, hast du, hast du Hat der! Der liegt drüber! Jawoll! Nein Das gibt Elber Was? 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 Never ever Ich hatte doch den Ball Ich wollte es gerade sagen Hä? Hä? Hat der Rot? Kein Problem Hat der Rot? Ich weiß es nicht Stimmt, ohne Elber würden wir führen Egal, ob die jetzt treffen oder nicht Ohne Elber würden wir führen Komm, 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 komm Ja! Was? Oh, das ist ein Witz Ey, wenn du auf der Ecke bist und der unter dir Ey, dieser Torwart! Ich würde gerne wissen, ob unser Spieler Rot gekriegt hat Nein Warte nicht Oh Ah, jetzt spielen sie es runter Ah, das haben die echt nicht verdient Aber gut, wir haben die Liga sicher gehalten Vielleicht haben wir ja noch einen Punkt wenigstens oder so Felix Oh shit Alles gut, alles gut Oh, ich bin doch wieder zu mir, du scheiß Verteidiger Den hätte ich fast wieder gekriegt Mann, ey Schön, oben wieder Ach komm Ey, also wirklich Der Elber war nichts und das war jetzt auch einfach fair Es wird so viel Scheiße gegen uns gepfiffen und dann werden wir weggebodycheckt Und das gibt nicht mal ne Unterbrechung Dass die keine Karte kriegen, ist ja okay Aber nicht mal ne Unterbrechung Schön Hoch oben Da wird ne Flanke Passt auf halbseits auf Bei mir ist noch Rückraum Wow Geil Ich hab nicht dolle gedrückt, keine Ahnung Aus der Drehung hat er den vielleicht so gemacht Schön Unten Warte Ja Mitte, ja 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 Komm Ich leg ab Dammit Ich geh zurück Ah, der Pass ist zu doll Aber der war eigentlich auch aus der Drehung Lächerlich Ey Deiner Schön Als ob der da dran bleibt Komm, komm, komm Foul Und rot, komm, ich bin rot Das Schlimmste ist ja noch, wenn wir nicht mal einen Freistoß für uns kriegen Sondern Ähm Ähm Ist mir grad entfallen Wo steht ihr denn? Ja, so wie vorhin, dass mein Spieler dann einfach fällt Dass man dann nicht mal die Chance kriegt, weil FIFA einen ne Schwalbe machen lässt Lächerlich Wenn es kein Foul war, will ich weiter rennen Oben Schön Los, ein Angriff noch Ah, ja nochmal oben Ich hab ge... Scheiße Ja Ja, da kannst du nichts machen Ich bin nicht mehr Haben wir Und nun ein Schuss Der hätte den doch selbst reinmachen müssen Abseits Alter Komm, durchköpfen da vorne Warum Abseitspositionen Natürlich richtig Oh lol Noch unten? Na Egal, wie gesagt, Liga ist kalt Dann können wir jetzt sogar mit der neuen Saison anfangen Weil wir können nicht mehr aufsteigen Jawoll Geil Wir gehen in die 26. Saison Vielen Dank fürs Zuschauen Hoffentlich bis zum nächsten Spiel Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.